...roten Blinksternen mit grünen Schweifsternen und weißen Blinksternen. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Wir haben dieses Jahr so fantastische Stifte, die haben ein Licht eingebaut. Das heißt, Sie sehen, Sie können in den Kopf... Ghostlights, 16 Schuss, 22 Sekunden Brenndauer, 7 Euro das Stück. Eine Multicolor-Batterie mit Fächereffekt. ... 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 Zündpunkt Nummer 5 für das Stück. Ein Kometenaufstieg mit Popping Stars. Zündpunkt Nummer 6. 25 Karat, 25 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 12 Euro das Stück. Eine Goldflimmerkometenbatterie mit einem Brillantbouquet. Zündpunkt Nummer 7, Orient Express. 19 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer auf 12 Euro das Stück. Ein Goldener Aufstieg mit Blinksternen und Popping Stars. Ausstieg mit Blinksternen und Popping Stars. Zündpunkt Nummer 8, Tanz der Vampire. 12 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 13 Euro. Eine großkalibrige Bombettenbatterie mit roten Blinkern. Zündpunkt Nummer 8, Tanz der Vampire. 19 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. Ein Silberwirbelaufstieg mit Multicolor-Bouquet. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. 20 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer zu 15 Euro das Stück. Zündpunkt Nummer 10 Double Cross 13 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer 15 Euro Ein Feuertopfaufstieg mit Chrysanthemium in Gold Zündpunkt Nummer 10 4,11 Spectre 25 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer 18 Euro das Stück Eine Multi-Effekt-Batterie mit Fächer Zündpunkt Nummer 12 High Striker 36 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer zu 22 Euro das Stück Eine leuchtintensive Brokataufstieg-Batterie gefolgt von imposanten Brokatkronen mit Blinksternen Zündpunkt Nummer 10 Zündpunkt Nummer 13 Die nächste Batteriereihe unseres neuen Herstellers Star Trade Giant Squid 19 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer 22 Euro das Stück Eine Multi-Color-Palmen-Batterie mit Blinksternen und Crackling Untertitelung 20 E move Bstage 20 E gender 21 E 20 E 20 E 21 E 21 E 21 E Zündpunkt Nummer 14, Tropical Thunder, auch 19 Schuss, 35 Sekunden zu 22 Euro. Dräckling Feuertopf zu Goldweiten mit roten und grünen Schweifsternen. Und weiter geht's mit Zündpunkt Nummer 15, Paradisum, 85 Schuss, 30 Sekunden Trenndauer zu 23 Euro. Eine rasant abgefolgende Multicolor Blinkstern-Batterie mit Proquets in Fächerform. Zündpunkt 16, Flying Sparks, 53 Schuss, 30 Sekunden Trenndauer zu 24 Euro. Ein Komplettfeuerwerksbatterie mit großen Finale. Ein Komplettfeuerwerksbatterie mit Proquets in Fächerform. Zündpunkt Nummer 17, Quantung, 21 Schuss, 25 Sekunden Trenndauer zu 24 Euro. Feuertöpfe in Grün, gefolgt von imposanten Knisterpokets mit Turbosaun abzuhalten. Zündpunkt Nummer 18, Out of Limits. 36, 30 Schuss, 30 Sekunden Trenndauer zu 28 Euro. Rasant der Salvenaufstieg mit Brillantbouquets. Dikkäst-Trenndauer zu 34 Euro ist. N 1919, Project Bennett und Title Trennskiss. Punkt Nummer 19, Rattlesnake, 25 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, 29 Euro, eine große Crackling-Bouquet-Batterie mit knisternden Feuertöpfen in Rot. Zündpunkt Nummer 20, Crying Wolf, 39 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer, 30 Euro, eine Zündung. Titanwürfel-Batterie mit Heulersault. Zündpunkt Nummer 21, Final Blast, 35 Schuss, 20 Sekunden Brenndauer, 32 Euro, 5 imposante Siedler-Fächer-Salben mit schnellen Effekten. Zündpunkt Nummer 22, Planet 9, 25 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 32 Euro, 5 imposante Siedler-Fächer-Salben. Mit goldweiten und roten Blinksternen sowie blauen Blinksterne und Crackling. Zündpunkt Nummer 23, Roundhouse-Kick, 32 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer zu 35 Euro, eine Multicolor-Batterie mit gigantischem 360-Grad-Finale. K 기 THOMAS-Kick, 32 Sekunden Bars PAGE Zündpunkt Nummer 24 25 Schuss, 22 Sekunden Brenndauer Der Name ist Erzengel 37 Euro das Stück Eine Fächerbatterie mit Verwandlung von roten Blinksternen zu Goldweiden Kommen wir nun zum Zündpunkt 25 Ein Highlight dieses Jahr, auch von unserem neuen Hersteller Der apokalyptische Reiter 25 Schuss mit 20 Sekunden Brenndauer zu einem Sonderpreis von 19,90 Euro Eine 5er Seiten Effektbatterie mit Abwechslung in den Farben, mit den Aufstiegen Sowohl imposante Bouquets und ein lautstarkes Finale Tierpunkt 26, Sonderstruck 105 Schuss, 115 Sekunden Brenndauer zu 85 Euro Eine Multi-Effektbatterie mit verschiedenen Winkelpositionen Die Leipf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020